Hallo und willkommen zurück bei 7 days to die, let's play together mit der Tibra, mit der leuchtenden Birne und dem Anduin. Grüß euch. Das ist eine Watton-Bü-Birne. Okay, ja, ich will wieder zum Trainerpark. Was sagst du? Ja, gehen. Okay. Schauen wir mal, dass mich kein Hund sich erwischt. Haben wir vor dem Trainerpark auch schon irgendwo was reingelegt, nach dem Armeelager. Das haben wir dann beim Trainerpark das erste Mal, oder? Ich glaube das erste Mal beim Trainerpark, ja. Ja, da müsste einiges an Munition nämlich auch dort liegen. Siehst du, und ich habe mir jetzt die Garn nicht mitgenommen. Nein, ist egal, ich bin ohne Garn zurechtgekommen. Liegt aber gleich, wenn es da rein geht. Wieder zurückwurschen, ich, ja. Ich habe nämlich nicht viele Shotgun-Shills und wir haben das nächtens festgestellt. Wir können noch eine Munition bauen. Doch, 9mm kaum. Ja, aber nicht für die Shotgun. Die Shotgun-Shills können wir nicht. Da habe ich irgendwie... Fehlt uns der Feuerwaffenschmied. Blöderweise ist das Falsche immer geskillt. Nein, nein. Wir haben eine Richtung Waffen, wo ich gar nicht geskillt schätze. So. Aber... Müssen wir wirklich probieren, die Donnerbüchse zu bauen. Die Donnerbüchse. Mehrmals. Das, was bringt. Okay, die abgesägte. Nein, die Donnerbüchse. Nein, aber die... Die abgesägte nicht da rein. Ja, ja, genau. Genau, die hast du da drin. Die andere hast du damals im radioaktiven Gebiet verloren. Geschickterweise, ja. Wo ich gedacht habe, juhu, da kommt mir keiner nach. Und dann bin ich ex gegangen. Dann kommst du rums nicht noch kommen. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. So, aufgebaut ist schon. Ja, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ja, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich würde dich anfangen. Lauf, Andrien, laufe. Von der Bese aus, mit dem Popcorn in der Hand. Genau, links, dein rechts, doch links. Anderes links. Genau, mein links, dein links. Okay, so. Wo bist du hin, lang gelaufen? Ja, ich bin in weiter schon ein Stück nach vorne im Süden, aber ich tue dafür, vorhin ist das schon. Okay, wer fällt ein, quasi? Weil wir haben, oder ich habe, Bär vor mir. Wo? Okay, dann laufe ich nicht. Lauf, Andrien, lauf. Ich laufe bis zum Verbandengebiet runter und dann gerade rüber. Was wollte ich sagen? Ja, wir haben Munition gebastelt. Ich habe jetzt wieder 233 Armbusbolzen drin, die Tibra hat sogar einen ganzen 250er Stacks, bis der nächste Zombie erscheint. Ja. Und das waren unsere letzten Federn, die wir dabei verbaut haben. Mhm. Okay. Ja, unser Wald, den was wir immer so schön umholzen, der ist super gewachsen. So, dann da quer rüber hat es geheißen. Und ich habe gerade gar keinen Tau, wo denn der Trailerpark ist. Verbranntes Gebiet auf die Straße. Achso, na, ich bin gerade auf der Kante zum Verbranntengebiet. Aha. Aber es macht ja nichts. Ja, du kannst die Kante entlanglaufen, dann kommst du zu mir. Ja. Okay. Ich bin knapp vor dem Verbranntengebiet. Gut, ja, ich sehe dich schon wieder. Denn, denn Signal quasi. Sag mal, habe ich da irgendwo Knurren gehört? Wahrscheinlich habe ich schon einen Hund am Arsch hängen. Und ich drehe mich nur nicht um. Lauf einfach, ich sehe ihn ja kommen, wenn du ihn ja kommst. Starr auf meinen A. Okay, ich bin an dir schon vorbei, glaube ich. Laufst du im Verbranntengebiet oder wo? Achso. Ja, dann bist du an mir vorbei. Ah, da ist sie. Ah ja, da hinten ist er. Nichts ist. Zombilein. So, wir müssen jetzt ein Stück da durchs Verbranntengebiet. Richtung Süden. Oh, da ist schon die Strasse. Hirsch voraus. Ja, genau. Brennen wir Zornpüfer raus. Ja, den lasse ich. Hühnchen. Laufhühnchen. Gantt wie in Jagd hinter dem Huhn her. Aber du würdest gut Federn geben, oder? Ja, ja, die geben sehr gut Federn sogar. Nehmen dir ein bisschen Fleisch. Ich laufe auf der Straße entlang weiter, oder? Ja. Ähm, ja, ich wollte ja eigentlich noch einen Motor auch haben. Aber den bekomme ich, glaube ich, nur aus ganzen Autos, gell? Motor, ah, Batterie, wollte ich sagen. Batterie. Ah, er hat das Huhn. Warum bin ich gejagt? Es gibt immer noch einen größeren. Oh shit, ich bin auch gejagt. So. Aha, unabgebaut. Ich bin gejagt, aber ich weiß nicht von wo. Ah, da ist der Hinzequicher. Alter, wo ist das jetzt sein? Er macht es ja wichtig und läuft raus. Wirklich, wo er? Schaut er nach. Ja, aber dahinter ist er brennender. Ah, da? Lauf mal. Okay. Oder ist da was da hinten vor uns? Nein, das ist ja leer. Noch nicht. Hirsch von rechts. Hm, aber der springt einen nicht in die Spur. Federn. Da kann man das Federn. Das ist empty. Da muss er schon gewesen sein. Naja, ich habe ja vorhin bei den linken Seiten entlang gelaufen, aber ja, die nächste ausgenommen. Zumindest die die jetzt sehen. Aha, der Trailerpark. Genau. Gut, dann machen wir dort weiter, wo wir aufgenommen sind. Fast ja. Was ist das da oben? Federn. Da oben ist irgendwie eine Anzeige für ein Geschäft. Also die Keule 10 Punkte zu investieren, um die einmal hochzulabeln, das hat sich ausgezahlt. Okay. Also ich mache jetzt deutlich mehr Schaden. So. Wo bist du rein? Ja, wieder dort, wo wir beim letzten Mal auch rein sind. Okay. Das ist bei mir noch nichts für Veränderungen. Ja, das ist... Das geht gar nicht. So. Das ist ja ganzes Jagdgewehr, das ich jetzt habe. Was ist das? Die Orangenteile da, die kommen, glaube ich. Warum haben wir Fleisch? Ich baue mal alles so ab, was ich erwischt. Du mal. Ich habe alles weniger wichtig, aber jetzt wieder in den Ofen rein. Weil sonst bin ich gleich wieder voll. Ein rotes Auto. Und hat nichts. Das hört sich an wie ein Spide. Ich mag die nicht. Das sind wirklich ekelhaft. Die Trimmer. Die sind aber nicht mehr so schlimm wie früher. Kann schon sein. Die Tür waren es ja gleichzeitig auch, die die anderen Zoll, die es gerufen haben. Die Funktion ist ja an die Kreischerin abgewandert. Das macht der Ex-Team. Ja. So, na dann schlage ich da wieder eine Tür auf. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da in die Tür brenne, in der Höhe. Ich glaube, dass ich da in die Tür brenne, in der Tür brenne, in der Tür brenne, in der Tür brenne. Okay. Mh. Wenn wir. Okay. 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 Ich mag das Geräusch nicht. Hoppala. Liegt's mehr drin? Ja. Ja, der Dünger und so ist nur drin. Okay. Papier. Hm, da müssen wir jetzt anbauen. Okay, packen ein. Nee, das ist einfach. Okay, da sind... Alter, Walter, was ist das? Was tut das wohl? Ich find das egal. Oh, das ist ein Scharfschützengewirr. Okay. Okay. Irgendwie hört sich da etwas sehr, sehr nah an. Oh, oh, oh. Ach, da hätten wir wieder mal ein Cooking Bot. Ein Bräbchen. Ein Bräbchen. Da können wir ja... ... und der... ... verwendliche Waffe... ... trägt so eine Qualität... ... oder eben Bücher, die wir noch nicht kennen... ... wieder mal Cooking Pot... ... Alkohol, glaube ich, war das... ... oh, ein Scheißhaus... ... ohne was trinken... ... der hat runtergelassen... ... ja, brav... ... ja, brav, gell? Gut... ... ich glaube, die ganzen Cooking Bots werde ich... ... oder soll ich eine aufheben? Kannste skrepen... ... wir haben so viele... ... dadurch, dass wir... ... ich laufe noch mal retour zu dem Ofen, ... wo wir alles drinnen haben... ... ich nehme Schilde einiges, was ich da reinstecken kann... ... ja, ich glaube ich auch... ... so... ... sag, wenn ich rein kann... ... okay... ... pass mal kurz auf mich auf... ... würde ich sagen... ... das Papier... ... so... ... das genau, ist egal... ... drücken und brennen, das Fass aufzuheben... ... ich weiß nicht, ob das gesund ist... ... äh... ... äh... ... keine Ahnung... ... lass mich kurz noch weggehen... ... ein Stück... ... ne... ... haben wir jetzt schon alles gemacht... ... hier im Trill... ... nein, nein... ... wir haben da hinten... ... ist nur eine Reihe... ... okay... ... eine Reihe haben wir noch... ... aber... ... das kann man da nicht... ... das brennende Fass... ... äh... ... als Feuerquelle... ... oder Lichtquelle aufstellen? ... ich frage mich... ... ob man wenn man drauf schießt... ... äh... ... ob das dann explodiert... ... ich nehme an... ... nein, ich probiere es eh nicht aus... ... so... ... da ist wieder der Ofen... ... dabei... ... ich glaube schon... ... da haben wir schon... ... gut... ... dann schlagen wir uns wieder in die Türe ein... ... den kannst du dann... ... durch... ... Stöber... ... blenden... ... um die Geklärze... ... okay... ... ich bin... ... im Hinterrad... ... ich bin... ... Handtöt... ... sie spürt... ... wo auch immer... ... keine Ahnung... ... jetzt bin ich... ... vom Norden kommen wir uns... ... ach... ... brauchen wir das? ... na... ... das ist aber keine Horde... ... das sind Zweige... ... oder so... ... ok... ... irgendwo ist noch einer... ... ja da kommt noch... ... ein brennender... ... eine gleiche Richtung... ... ok... ... komm schon mal... ... Pusche... ... ich sparte die Pfelle... ... das war's... ... ok... ... es brennt zwar noch... ... ah... ... ja das ist immer bis beim Norden... ... gut... ... die Tür... ... ach da vorne... ... geradeaus... ... da sehe ich noch was... ... da ist irgendein... ... ja ja... ... ich habe jetzt erst gezeigt... ... da ist eine Werbetafel... ... wie viel... ... gejagt... ... ok... ... senst... ... oh... ... griecht wo einer... ... kann nur Grieche sein... ... ah da hinten... ... ja... ... ja... ... östlich... ... hängt da... ... ja da hängt er... ... ah da... ... guck da... ... so... ... du fährst... ... gehst du hin... ... ja... ... gehst du blündern... ... ja ich geh blündern... ... ja... ... blündern ist super... ... ich will schon wieder sein... ... jungs... ... da unten... ... muss er sich wieder zusammen... ... hat man echt keine Ruhe... ... wenn man das aushaben will... ... hallo... ... hallo... ... so... ... ich stehe da mal... ... ähm... ... zum Schutz was ein... ... naja... ... schon wieder ein Griecher... ... ok... ... Blaubären... ... lecker... ... lecker... ... lecker... ... die ist verflossen... ... da ist wieder... ... das... ... Kuchen... ... so... ... der ist alle gekriegt... ... gemischt... ... so... ... ja wo wollte ich noch schauen... ... wo war ich stehen geblieben... ... hier... ... über den Zaun... ... und da... ... bis... ... ist der... ... in Wachs... ... in Wachs... ... da... ... schau... ... da ist er... ... im... ... Pferdchen... ... ist nix drin... ... hier... ... hätt ich... ... mal sehen... ... ne... ... ok... ... du bist jetzt da rein... ... g... ... ja... ... bei der... ... bei dem herüber... ... ah... ... ich kann schon wieder nix nehmen... ... ich bin schon da... ... bin schon da... ... oh... ... ja... ... eigentlich überall... ... weil ich kann nur das nehmen... ... was... ... nur zu stecken geht... ... ok... ... ja... ... oh... ... Kaffee-Ponen... ... warte... ... warte... ... das da mal... ... scrapen... ... ach... ... das ist sie... ... das ist ich auch... ... ich bin voll... ... ich bin nicht... ... das Licht... ... von... ... mit allen... ... ja... ... wo ist das? ... oh... ... ein... Das nehmen wir. Jep. Schau mal. Nein, als Gräbmittel. Ich hätte gehofft, dass man das aufbauen kann. Was dann? Ja, jetzt was da so liegt jetzt. Warum kann ich das nicht mehr? So. So. Cooking Bot aufnehmen. Ich bin auch voll. Schorn mit Ohren. Schöner Chaos jetzt. Jetzt gehe ich wieder nach vorne zu dem Ofen. Das nehme ich. Das scrappe ich. Dann kann ich das wieder nehmen. Das deckt da ja vorne nochmal alles zusammen. Mhm. Ich bin am Weg zu dir. Aber sonst haben wir halt nebenbei was in die Tonne. Das decken. Aber das wird nicht besser glaube ich. So. Okay. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Da was rein. Nebenbei habe ist eine Tonne auch noch. Ah, das geht. Sehr schön. Äh, vier Plätze hätte ich wieder. Fünf. So, gut, ich... Oh ja, dann stack ich da auch noch dazu. Ja, Mittagspause haben wir auch schön wieder erreicht. Okay, deine Absage. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt keine neue Location war. Ja, der Trailerpark nochmal, wir haben ihn jetzt zur Gänze gesehen. Und beim nächsten Mal schaltet es wieder ein, wenn es weiter geht, zur Westernstadt, glaube ich, schauen wir jetzt nochmal runter. Oder darüber zum... Oder darüber zum... Zu dem Werbeschild. Ah ja, können wir auch machen, ja. Ja, dann dreht es wieder auf bei Tibre und Anduin und dem fröhlichen Plündernachmittag. Ciao! Ciao!